So hier rückwärts, dann da vorwärts und da dann raus, ja. Guten Morgen. Viel Erfolg, gleiche. Jetzt hast du hier einen schönen Vorteil. Du kannst gucken, wie ich das mache. Digga. Ne, nochmal. Rausschauen. Schon? Ja, da ist kein Arm drin. Okay. Digga, ich hab gar keinen. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt irgendwas mitnehme. Bin ich überhaupt durch? Was ist das denn hier? Hab ich schon jemanden mitgenommen hier? Nein! Alles gut, Latsche. Ey, ich seh gar nichts. Keine Ahnung. Kommt hier schon raus? Ah! Nein! Was ist das denn, Alter? Zwei Stück. Oh mein Gott. Ey, da piept zwar nur, aber du siehst die seitlichen gar nicht. Ah, voilà! Das schaffst du nicht. Na! Der kommt da einfach im ersten da rum, das gibt's doch gar nicht. Ich seh gar nicht, wie lange das aber... Ich seh gar nicht, wie lang das aber, okay. Ich seh gar nicht, wie lang das aber, okay. Ey, kein Mensch. Nicht nur beim Tore schießen, kein Mensch. Ich danke dir, Leitchi. Die erste Challenge habe ich gewonnen gegen Leitchi. Und jetzt geht es darum, diese ganzen Sachen in den Kofferraum zu packen. Leitchi guckt doch nicht schon. Ich muss doch hier aufholen, Robert. Du musst doch hier aufholen. Leitchi, bitte. Ich muss ja nur... Wir sollten ja da reinpassen, aber den kann man zusammenklappen. Nein, den kann man nicht. Perfekt. Ich schaue doch nur, was da alles noch drunter ist. Siehst du, da ist noch ein Schirrn drunter, weißt du? Den hat man nicht gesehen. Deswegen muss man ja ganz genau wissen, was da rein muss. Leitchi guckt nicht, wie man das zusammenbaut, ne? Das ist doch schon mal gar nicht. Soll der denn da reinkommen? Ruhig, Leitchi, ruhig, beruhig dich wieder. Den lass ich draußen. Soll der da rein? Den lass ich draußen, Leitchi. Ja, du bist recht. Ach, der Teppich muss ja auch noch rein, ne? Ach, der Teppich muss ja auch noch rein, ne? Wie soll der Scheiß denn jetzt hier rein? Wie soll der Scheiß denn jetzt hier rein? Ja, was ist das hier? Wie soll man denn da zusammenklappen, ne? Bei mir sieht es ordentlich aus, Robert. Ist das dann ein Zusatzpunkt für mich? Guck es dir an. Ich wollte den erst ehrlich oben drüber packen, aber ich wusste nicht, ob wir das rein... Habt ihr uns ja nicht gesagt. Das ist ja nicht der Kofferraum. Ja, das dachte ich auch. Ich dachte, der muss da rein. Ist doch auch nicht oben klappen. Aber egal. Ja, wir werden hier einfach nicht richtig informiert, Robert. Das war eben ein Unentschieden zwischen Leitchi und mir. Und jetzt fahren wir Slalom durch diese Hütchen da vorne, drehen da hinten einmal und damit Vollgas zurück über diese Linie. Und wer es schneller schafft, hat die Challenge gewonnen. Am besten ist, wenn du Launch Control machst am Anfang und dann auf geht's. Erwart, wenn man hier ein Hütchen mitnimmt. Was bin ich gleich noch hier? Herr Immer. Ja. Ich finde gucken, ich columns ja auch hier mal aus. Robert, es ist Zeit, es ist Zeit. Ja, nicht wiedergeben, ne? Ja, da hinten ist er gesagt. Gut, Robert, das war zu schnell. Schade. Nimm den Ball gerade? Ja, ja, ich nehme den. Leipzig, das ist echt schade. Ja, das ist echt schade. Ja, das ist schade. Sag mal, KMH-Nzahl, wie viel du da reingefahren bist. 70. Geht so, ne? Ja, das geht. Robert, ich fang an. Wo war der bei dir, Robert? Ich weiß nicht, ob ich den hier lassen soll. Leipzig. Ja. 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 Ich freu dich jetzt, ihn eher anschnallen. Guten Morgen. Ja. Was? So, einfach nur langsam ins Ziel fahren, dann kann der Robert schon gar nichts machen. Nur nicht runterfallen. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Ganz entspannt, Robert, weißt du? Bei mir fällt er eigentlich runter. Das ist ja noch eine letzte entscheidende Challenge, kommt ja noch, ne? Okay. Das ist auch die wichtige, die 18-48-Challenge. Scheiße. Jetzt geht's um alles, das ist die letzte Challenge. Wer die gewinnt, der hat gewonnen. Wir müssen beide jetzt 18-48 Meter fahren und wer näher dran ist, der hat gewonnen. Latschel. Ich höre dich nicht. Bist du bereit? Wie bitte? Bist du bereit? Ja. Nur das VfL. Machst du Countdown oder was? Geh los! Okay. 25. Boah, nee, das ist, glaube ich, viel zu kurz, oder? Scheiße! Kann ich noch kurz korrigieren? Nein, ich muss korrigieren. Nein, ich bin viel zu weit. Ich fange jetzt mal hier an, ne? Vom Täschel. So. Mein Gott. Ist das immer gut hier? Ah, okay. Jetzt haben wir es. Haben wir, Robert. Ach du Scheiße. Wie gut ist das denn? Bist du zu weit, ne? Ich will mich verarschen. Hör auf. Also, ich glaube, da sind wir halt wirklich fast genau 18,48, ne? Das ist jetzt kein Spaß. Ich sage dir. 17,48? Na, hör auf. Ungefähr. 17,48. Ah, Robert. Ich bin ein fairer Sportsmann. Das ist krank von dir, ne? Du bist kein Mensch. Ich lerne von Robert noch. Das ist kein Problem. Du hast gesagt, ich mache Fehler und die bügelst du aus. Ja. Das stimmt. Das stimmt.